Ihr kennt die Situation. Ihr wollt eure Fettpresse befüllen und die Hälfte landet auf der Arbeitsfläche oder auf dem Rad des Kunden. Motorix hat sich genau hierfür etwas einfallen lassen. Sie haben nicht nur eine besonders langlebige und robuste Fettpresse konzipiert, sondern auch das Einfüllen deutlich erleichtert. Wir haben in allen 850 Gramm Dosen, welches es von Bike Grease, White Grease oder auch der Carbon Paste gibt, diesen besonderen Einfüllstutzen. Die Befüllung erfolgt so. Ihr schraubt den Deckel ab und setzt das offene Ende auf diesen Einfüllstutzen und drückt ihn nach unten. Zieht ihn seitlich ab. Die Fettpresse ist befüllt. Setzt den Deckel wieder auf. Nehmt einen Schraubendreher oder etwas ähnliches. Presst den Boden nach oben, bis die Luft entwichen ist. Und pumpt ein paar Mal, bis das Fett oder die Carbon Paste aus der Spritze entweicht. Schnell, sauber und effektiv. So wünscht man sich das doch. Motorix hat sich ja wirklich was einfallen lassen. Viel Spaß beim Schrauben.